Hey Leute, heute gibt es neue Kugeln für unser Danzen des Fuß. Da seht ihr Gerhard, da hat schon die erste Kugel abmontiert und die werden jetzt auf Eierbecher gestellt, um die jetzt erstmal zu reinigen und dann zu grundieren. Die ist schon grundiert und dann werden sie mit richtig genialer goldener Farbe angemalt und bekommen dann zuletzt sogar noch einen Sprühlack glänzend obendrauf, damit sie dieses Mal auch wirklich länger halten. Das Danzen des Fuß, schon halb bemalt, ich bin schon einige Tage dabei es anzumalen und das Gerüst da oben ist ziemlich hoch, da oben wird auch ein guter Wind und es ist durchaus auch ein bisschen wackelig, deshalb wäre ich froh, dass Ingo aus Franken uns hilft. Das ist Ingo und das ist mein lieber Gerhard. Die beiden werden heute also die Kugel nach oben bringen und fest montieren, so dass sie hoffentlich viele Jahre in Gold erstrahlen. Und los geht's hinauf, Stufe für Stufe das Gerüst ersteigen zusammen mit den Kugeln. Die Kugel nach oben bringen und die Kugeln nach oben bringen und die Kugeln nach oben bringen. Die Kugeln nach oben bringen und die Kugeln nach oben bringen und die Kugeln nach oben bringen. Die Kugeln nach oben bringen und die Kugeln nach oben bringen und die Kugeln nach oben bringen. Untertitelung des ZDF, 2020